Die Welt wäre besser, wenn Menschen wie Can und seine wunderbare Familie nicht hätten fliehen müssen aus ihrer Heimat. Aber ich bin glücklich, dass sie jetzt in Berlin sind. Can ist berühmt in der Türkei wie kein anderer als Fernsehmann und als Zeitungsmann. Er war Chefredakteur der Cumhuriyet, der ältesten und wohl angesehensten Zeitung seines Landes. Und bei ihm lagen 2015 ein Text und Fotos auf dem Schreibtisch, die exklusiv waren und explosiv wie eine Handgranate. Es waren Beweise dafür, dass Erdogan im Bürgerkrieg in Syrien ein doppeltes Spiel spielte. Dass er aus der Türkei Waffen lieferte an die Terrortruppen des islamischen Staats, weil es ihm in seine Rechnung passte. Can hatte die Beweise. Und die Frage war, drucken wir das jetzt? Obwohl es uns, die Redaktion, hinter Gitter bringen kann. Aus solchen Situationen macht Hollywood einen Spielfilm mit Meryl Streep und Tom Hanks. Aber Chans Lage war kein Spiel. Und war kein Film. Das war eine Entscheidung über Schicksale, über seins, über seine Familie, seine Kollegen, seine Zeitung. Und Chan ließ drucken. Er und andere der Redaktionen kamen hinter Gitter dafür. In Einzelhaft. Aber er hat nicht anders entscheiden können. Er ist einer, der so gestrickt ist. Und seitdem gilt er dem Regime in Ankara als Staatsfeind. In seiner hoffentlich vorläufigen Ersatzheimat Deutschland gilt er vielen als Vorbild. Mir ganz sicher. Ein großer Mann und ein wirklich großer Autor von Dokumentarfilmen. Das tolle Berliner Babylonkino hat aus seinen Filmen ein ganzes Festival gemacht. Ein anderes Bild der Türkei. Oder ein Bild einer anderen Türkei. Das wir brauchen, wie wir ihn brauchen, auch heute Abend. Can Dündar. Applaus Vielen Dank. Thank you so much. Vielen Dank. Dear Klaus, thank you so much for your kind words, and thank you very much to you all for this very warm welcome. A documentary means rewriting history, redefining society, rediscovering the world we live in on the screen by using a language of images which communicate directly to the minds, hearts, souls of the people. Documentaries contribute to our feeling of empathy, our knowledge of the planet, our understanding of past and present. Documentaries also help us to remember, understand and evaluate our histories, our societies, our Earth, so that we won't fall into the same traps again. Their unsparing portrayal of politics and politicians gives us the opportunity to cope with so-called infolution, fake news, and to face the truth which is the biggest threat for any populist leader. In that sense, documentaries are the building blocks that strengthen democracies. Thank you. Documentaries like Erbahrung und seine Klase enable us to understand a country, or a century over a classroom. Documentaries like Böseung see forever, May take us into a family, a family's history, which is enough to expose the clash and love among generations. Documentaries like Space Dogs help us to see a city and remember the brutality of humanity with the eyes of two dogs. Documentaries trigger the passion of change by exhibiting the power of misery of humanity, prevalence of inequality, of ignorance, of poverty. And documentaries support democracy by showing us the destructive face of totalitarian rule. In short, documentaries function as lighthouses in troubled times like today. The Lola for the best documentary goes to Herr Bachmann und seine Glasse produced and directed by Maria Strauss. Vielen Dank. Herzlichen Dank an die Mitglieder der Akademie, es ist wirklich riesig, ich freue mich unglaublich. Schon an dem Tag, als die Nominierungen bekannt gegeben wurden, dachte ich, oh mein Gott, geht das gut. Es war mein Geburtstag und ich durfte feiern, weil ich zwei Geburtstagsgeschenke bekommen habe. Ja, wunderschön und die Sache mit dem Herrn Bachmann und seiner Klasse, das war keine einfache, sondern eher eine lange Geburt. Der Geburtstermin hat sich um Jahre verschoben und dann war ich wirklich glücklich, als dieses Baby endlich auf dieser Welt war und es ist auch gleich losgelaufen, um die Welt zu erobern und die Menschen. Und ich hoffe, dass diese Auszeichnung und Anerkennung dem Film die Chance gibt, dass er noch weiterlebt. Er ist gerade im Kino und ich hoffe, dass noch viele, viele Menschen sich diesen Film anschauen werden, weil ich finde es wichtig, sich diese Menschen und diesen Lehrer anzusehen. Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und ich möchte besonders dir, Dieter, danken, weil für die lange Freundschaft, wirklich für eine ganz lange Freundschaft, aber vor allem für deine Arbeit und dass du uns hast teilhaben lassen an dieser Arbeit. Und ja, es war eine wunderbare Zeit und du bist wahrscheinlich jetzt Deutschlands berühmtester Lehrer, zumindest im Moment, und der Erfinder der Waldorf, äh, der, Waldorf sag ich schon, der Bachmann-Pädagogik. Du hast mir heute erzählt, dass an der Schule eine AG gegründet wurde. Wie viel Bachmann erträgt die Schule? Und was kann man von Bachmann lernen? Also ich möchte es einfach mal mit zwei Sätzen aus einem wunderschönen Lied von Neil Young aus den 70er Jahren sagen. Teach your children well and feed them with your dreams. Okay, das ist... Ihr seht schon, Herr Bachmann ist auch ein großer Performer und deswegen hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich muss jetzt diesen wundervollen Kindern, also eigentlich allen Menschen, die bei diesem Film mitgemacht haben, für ihr Vertrauen danken und diesen wunderwunderbaren Kindern, die uns einfach so in ihre Klasse aufgenommen haben und integriert haben. Ihr seid die Helden, die Stars des Films, ihr seid es, die die Menschen berühren und die uns alle in den Bann ziehen. Und jetzt muss ich schnell machen, auch meinem Team möchte ich danken, das war klein, aber sehr, sehr fein. Den Kameramannn Reinhold Vorschneider und Brigitte Mulders, die auch... Ich habe ja schon von diesen Geburtsproblemen gesprochen, aber sie waren die ganze Zeit an meiner Seite. Ohne Geld, ja. Und ich danke euch von Herzen und auch allen, die mitgemacht haben und danke. Ein großartiger Abend. Wuhu! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017